Die Firma Mettler beliefert die Gastronomie, die Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung sowie Altenheime, Seniorenheime, Kioske, Imbisse, Metzgereien und Bäckereien. Als Wettbewerber haben wir große Konzerne in unserer Region und dort müssen wir eine höhere Leistung, einen höheren Servicegrad und eine höhere Zuverlässigkeit bieten. Das war eine Entscheidung, wo können wir uns verbessern gegenüber unseren Kunden, wo können wir uns verbessern, in welchen Bereichen können wir dann gleichzeitig auch noch zuverlässiger werden und auch noch Kosten sparen. Das war der Punkt, warum wir uns für eine beleglose Kommissionierung entschieden haben. Wir haben uns verschiedene beleglose Kommissioniersysteme angeschaut und haben uns für die Big-by-Voice-Lösung entschieden, weil dann unsere Mitarbeiter die Hände frei haben zum Arbeiten und keinen Scanner mehr benutzen müssen. 4, 1. Grunde 5. Nummer 1. Ja. 1, weiter. 0, 8. 0, 1. 0, 4. 4, 6. 10, 3. Nimm 1, Dose. E2-Box. E2-Box. Ja. 0, 1, Dose. 1, weiter. 0, 9. 0, 1. Es standen verschiedene Sprachtechnologiesysteme zur Auswahl, im Wesentlichen Server- versus Client-basierte. Die Client-basierte Technologie zeigte Vorteile. Hier konnte sich der Talkman vom Wettbewerb nochmal dadurch absetzen, dass er besonders robust war, insbesondere in lebensmittelspezifischen Umständen im Lager. Bis zur Einführung des Vocolex-Systems haben wir hier in der Firma keine Erfahrung mit solchen oder ähnlichen Systemen gehabt und waren eigentlich sehr positiv überrascht nach dieser Einführung, wie leicht wir uns damit einarbeiten konnten. Mitarbeiter, die aus verschiedenen Regionen kommen und etwas anders sprechen, wo jeder vorher gedacht hat, ob das überhaupt so funktioniert. Und es ging wirklich sehr, sehr reibungslos. Die Vorteile der Arbeit mit Sprachtechnologie liegt darin, dass wir auf der einen Seite die Hände frei haben zum Arbeiten, auf der anderen Seite verkürzen sich die Arbeitswege durch dieses System und wir müssen nicht mehr wie früher für einen Kunden die Waren packen, sondern wir können in einem Arbeitsgang Artikel für mehrere Kunden erfassen. Für uns ist das schon ein Vorteil, weil wir Hände frei sind und mehr Bewegung und so, weil wir weniger schreien. 2,65-Zo. 2,61-Zo. 2,61-Zo. 1,2kg-14. Plus. 2,81-Zo. 2,81-Zo. 4,81-Zo. 5,41-Zo. Plus. Durch die Sprachtechnologie wurde die Fehlerquote um ca. 80% reduziert. Die Arbeitsgeschwindigkeit hat sich um ca. 20% gesteigert. Wir haben bei der Firma Mettler kein umfängliches Lagerverwaltungssystem, sondern ein einfaches Buchungsverfahren mit FIFO. Angesichts dieser Voraussetzungen haben wir eine Prozessoptimierung außerhalb des Kernsystems geschaffen, die es auch kleineren oder mittleren Unternehmen erlaubt, ohne umfängliche Lagerprozessoptimierung hohen Nutzen und kurze ROIs aus sprachlichen Logik zu ziehen. Wir haben in den Jahren 2006 und 2007 unsere Umsätze wie Kilos, wie Picks, die Aufträge um ca. 10% steigern können und gleichzeitig haben wir die Fehlerquote um 80% senken können. Das haben wir mit einem Mitarbeiter weniger geschafft. Durch die Einführung der Beleglosenkommissionierung, sprich eben Wohlcollect Voice, konnten wir die Einarbeitungszeit der Mitarbeiter als Kommissionierer von drei Wochen auf drei Tage senken. Das Bick-by-Voice-System wird sich positiv auswirken, auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter bei Rückenschonung bearbeitet werden kann. Im Zuge der Einführung von Wohlcollect Voice konnten wir die Kundenzufriedenheit verbessern, dieses zurückzuführen auf eine zuverlässige Belieferung, eine bessere Bevorratung, eine bessere Lieferquote und wir konnten die Motivation der Mitarbeiter dadurch stark anheben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017